Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern SkyBlog 3. Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns mal um den Multi-Storage-Mod kümmern. Hab mich jetzt da versucht ein bisschen einzulesen, hab mir schöne Videos angeguckt in allen möglichen Sprachen, nix in Englisch und in Deutsch. Ich hab da leider nix gefunden. Ja, und darum haben wir gedacht, kümmern wir uns mal darum, dass wir mal alle auf dem gleichen Stand sind. Ich hab auch schon gelesen, man kann das Ding auf jeden Fall auch nutzen als Wisservalle. Dauert zwar ewig, aber ich hab mir gedacht, klingt doch nicht mal schlecht. Das heißt, wir können dann da auch, ja, irgendwann mal ein Witter killen, dass wir mit einem anderen Nieders da rankommen. Ja, wenn's soweit ist. Genau. So, als allererstes. Also, der gehört zwar nicht dazu, der Endertank und der Enderbucket, aber, äh, wir werden ihn auf jeden Fall brauchen. Ähm, wir machen das mal als allererstes, weil ich finde, fast, es gehört fast dazu. Ähm, ja, weil es ja, weil er ähnlich funktioniert. So, das heißt jetzt, ich, äh, stelle jetzt mal den hier auf. Das kommt jetzt erst mal hier hin. So, und man sieht jetzt schon, ne, dass da was drin ist. Das heißt, ich gehe jetzt mal hin mit dem Eimer. Und fülle den Eimer auf. Ja, und der ist sozusagen, weil er auch weiß ist, hau dir hier jetzt mir alles gleich rein. Das finde ich total super. Man braucht, man braucht sich nicht mehr bemühen. So. Dann gehen wir jetzt hin. Äh, ne, wir gehen da vorne hin. Da hab ich nämlich auch fast alles da. Ähm, dann packe ich dich jetzt einfach mal hier auf den Tisch. Und wir machen jetzt als allererstes aber mal diesen Stone Storage. Ich hoffe, dass ich genügend Stein auch da hab. Wir werden es sehen. So, als allererstes. Äh, wie gesagt, ich hab den Stone Storage, hab ich zwar schon mal gebaut, aber ich hab keine Ahnung, wo ich den hin hab. Vielleicht hab ich ihn auch wieder weggeschmissen, weil ich ich bin. Ja, kann ich. So, und das heißt jetzt, wir gehen jetzt einfach hin und machen mal diesen hier. Und dann haben wir den Stone Storage. Und, äh, den Stone Storage Upgrade. Dafür brauche ich noch Glas. Habe ich Glas noch da? Oder muss ich hier raus? Ich glaube, raus, ne? Jawohl, gehen wir mal schnell raus. Ja, es war wieder so lautgeräuschig im Ohr, wo man zusammenzuckt. Ähm, apropos, ich brauche noch schnell ein bisschen Kohle. Äh, da reicht ein Stack. Und da nehme ich mir auch ein Stack mit. Dann lasse ich nämlich gleich mal... ...die Öfen laufen. Ich mach mal die unteren. Und dann machen wir das selbe auch hier. Eins, zwei, drei, vier. Kann ich unbedingt extrem lang warten. So, dann war das jetzt, glaube ich, hier. Das war, glaube ich, hier. Genau. Und jetzt haben wir ein Stone Storage Upgrade. Wenn ich jetzt den da... Ich weiß gar nicht. Ich komm mal raus, ob ich noch ein paar Steine habe. Und das ist ein Stack Glas nämlich auch gleich mit. Äh, okay, nehme ich nicht. Aber ich habe auch fast keinen Sand mehr. Ja, ha! Und dann nehme ich gleich mal zwei Stacks mit. Ich brauche gleich Sand. Ja, aber dafür brauche ich keinen Stein, sondern da brauche ich Gravel für Geld. Das machen wir über den anderen Weg. Dann hole ich mir schnell noch Kabel. So, dann mache ich mal hier. So, was habe ich denn? Mein Born. So, okay. Dann mein Compressed. Äh, ja. Der geht natürlich nicht. Ja, mitdenken. Ersacht wenige Probleme. Ne? Komm, aber dann machen wir nochmal weg. Dankeschön. Dann machen wir mal 14 von denen. Und das. Und dann kommt's wieder los. Okay. So, einen Stack muss ich gleich mal in Deckung bringen. Ja. Mich eigentlich auch. Ich bin mal gespannt, dafür, dass ich schon gedacht habe. Geh hier so, oder tut ihr nur so. Bin verwirrt. Lass mich. Kann das. Voll. So, brauche ich das Sand, habe ich mir gesagt. Und hier habe ich das Zeug, was wir brauchen. Also später brauchen. Beziehungsweise, nö. Können wir eigentlich auch gleich. Ja, machen wir auch. Wie mir gesagt, können wir auch noch gleich, ähm. Bastens Deck durchbraten. Okay. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Kommt zu, ist da rein. Da rein. Da rein. Da nehme ich dann auch hier eine Kohle übrig. Und ich habe noch meinen Sand, den würde ich dann auch noch brauchen. Ich glaube, ich glaube. So, ähm. Dann habe ich das, dann habe ich das. Jawohl. Da kann jetzt auch noch ein bisschen Glas laufen. So, dann hätte ich gesagt, wir machen. hier nochmal schnell ein. Beziehungsweise, nein, wir machen hier davon gleich mal drei. Nein, wir machen gleich mal hier von vier. Genau. So, dann machen wir jetzt davon nochmal welche. Eins, zwei. Dann können wir uns mal schnell anschauen, was das bringt. Wenn ich jetzt hier den aufstelle. Sieht man, das ist gar nicht. Ja. Man muss drauf sneaken. Jetzt ist es auch ein großer Schrank. Geht bis zu Höhe 3, soweit ich weiß. Also, wenn man es ganz normal hinklickt. Ja, hier nochmal. Das ist jeweils einer. Und geht nach vorne auf. Finde ich nice. Wenn ich jetzt den draufklicke, im Snicken, dann habe ich einen Doppel. So, was man jetzt aber auch noch hat, ist, ich lege den jetzt mal hier hin. So, kann ich den auch hier zusammenbasteln. Jawohl. Und jetzt habe ich einen Dance. Der ist ein bisschen heller. Hier habe ich 2, 4, 6, 8, 9 mal 3. Und hier, also sozusagen, das ist eine einfache Kiste. Das ist eine Double Chest. Hat aber auch den kleinen Grund, dass man halt sozusagen ein Upgrade gleich reingebaut hat. Da habe ich nochmal einen. So. Hier habe ich ja das Problem. Dass ich ja sozusagen das Zeug hier rausnehmen möchte. Aber nach oben die Kiste ja nicht abbauen kann. Und das haben wir jetzt mit dieser, mit diesem Teil hier komplett, äh, sozusagen, ähm, überwunden. Kann man ja mal schnell einen Stein holen. Weil, jetzt kann ich da trotzdem das Zeug rausnehmen. Alles sauber verpacken. Und habe trotzdem hier meine Kiste. Genau. Dann gibt es sogar diese Chameleon-Blöcke. Ähm, dafür braucht man, äh, ein Glas und, äh, ein Niederquarz. Das gibt's auch in Denz dann. Das ist dasselbe wie auch hier. Und dann kann man, äh, auch auswählen, äh, könnte man jetzt zum Beispiel diesen Block hier einfach als Deutsch nehmen. Wisst ihr was? Haben wir übrig. Frag ich es einfach mal so. Bau mal ein. Wir wollen ja den Mod zusammen komplett machen. Da kann man auch mal Sachen bauen. So. So, eine Chameleon-Storage. Ja, jetzt wenn ich den hier hin mache, seht ihr, zack, er hat den Stein von hinten angenommen. Und jetzt muss ich sneaken und dann kann ich drauf gehen und jetzt kann ich hier auswählen, ja, welchen Block das er nehmen soll. So, jetzt ist er Standard. Ja, und ich kann jetzt wieder drauf gehen und sagen, minus eins und zack, ist er, äh, derselbe Stein wie hinten. Den packe ich jetzt mal, nein, den packe ich schon mal in die richtigen Chess, weil hier kommt alles rein, was storage ist. Genau. So. Dann haben wir jetzt auch das. Wie gesagt, gibt es auch ein Dance. Ist eigentlich ganz nice. So, was haben wir dann noch? Ähm, dann haben wir hier noch die, die, den Junkbox. Das sind jetzt Stone Slaps. Ich weiß nicht, hab ich noch welche da. Jawohl, hab ich. Sorgend. So. Ich mach davon gleich mal zwei. Äh, das Glas müsste jetzt hoffentlich fertig sein. Weil, weil ich brauch nämlich nochmal ein Upgrade. Nein, ich brauch zwei Upgrades. So. Und jetzt haben wir hier die Junkbox. Wenn ich jetzt hier klick, ganz normal wieder klick, hab ich die ganz normal da. Wenn ich jetzt nie, dann hab ich eine Double. wenn man sich das jetzt so anschaut, denkt man sich, was will ich gerade mal mit diesen 16 Feldern. Das sind nicht 16 Felder, das sind mehr. Sozusagen, ich kann jetzt die wegmachen. Also, wenn ich jetzt den einen hab, dann hab ich hier, sieht man, 32 und 2048 Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, hab ich jetzt einen benutzt und 51 Space drin. 2 Slots, also 32 Slots hat man. Die sieht man nur nicht. Hier kann man noch ein bisschen rumwitteln. spielen. So, 32 von 2048. So, dann beginne ich hin. Wie gesagt, wenn ich jetzt draufgehe und sneak, habe ich jetzt 64 und 4096. Und natürlich auch wieder hier. Jetzt auch wieder die Dance Variante davon. Und jetzt habe ich schon 128 Slots. Und wir haben die Quest schon kompliziert. Sehr schön. Kann man jetzt zum Beispiel auch dann hier verwenden, dass man sagt, okay, mir reicht das nicht. Ich möchte das weiter haben. Au, ja. Okay. Dann habe ich gerade gesehen, das ist nicht so schön. Der hat sozusagen so einen gemacht. Nicht beide. Also. machen wir beide. Genau. So. Ich habe zwar schon die andere Möglichkeit gesehen. Wie gesagt, man sieht es, das habe ich hier bis 19, 24, 6, 8, 9, genau. Und eine Double Chest. Also eine Double Chest. Und jetzt gehe ich hin und ich klicke jetzt drauf. mit geht es nicht. geht es nicht. Warum geht es noch nicht? Okay. Wie es aussieht, geht das nur bei den Dance Tours. muss man mal gucken. Oder es geht auch wieder nicht. Dann habe ich wieder Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt. Also das heißt, man kann das dann halt hoch machen eigentlich. Ich habe immer gedacht, man kann das noch erweitern. Aha. Muss ich mal gerade gucken. Das ist für mich hier eigentlich schon fast ein Bug. Aber wenn es so geht, ja, es ist ein Dance Tours, äh, Ding. Okay. Also man, aber man hat es vorhin gesehen, man kann da draufklicken und dann wird es größer. Ja, vorhin hier. Da habe ich ja nochmal einen gebraucht. Genau. So. Dann habe ich als nächstes den Enderlink-Chest. Dafür brauchen wir jetzt, äh, drei Obsidian. Ich brauche eine Wolle. Ähm, ich glaube, ich habe vergessen, mein Obsidian bis jetzt schon einzuräumen. Jawohl. Muss ich schnell holen. Es müsste oben sein, aber ich brauche sowieso auch noch Wolle. Kann ich die auch gleich mitnehmen, weil die müsste auch noch hier rumfliegen. Jawohl. Nimm gleich mal zwei mit. Sicher ist sicher. Und ich habe hier mein Obsidian dabei. Jawohl. Ja, ich merke schon, die haben Spaß. So, dann brauche ich aber davon noch vier Stück, weil wir machen da draußen mal acht Place Rots und ich brauche davon auch, ich nehme mal auch acht Stück. Sicherheitshalber schmeiße ich es wieder rein, anstatt dass ich wieder hierher rennen muss. So, okay. Also, das heißt, wir machen jetzt hier davon zwei, äh, zwei, nein, haha, muss sowieso noch mal hinrennen. Ähm, denn wir brauchen den Enderback, wir brauchen hier Leder. Aber das dürfte jetzt kein Problem mehr sein, Leder. Äh, das heißt, ich brauche Rottenflash. Nimm gleich einmal acht Stück mit und davon brauche ich zwei. Ja, macht, 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 macht Spaß, dass man jetzt schon Britannia hat, weil so hätte ich jetzt, äh, ja, erst mal Kühe züchten dürfen und dann flachten. Nicht schön. Waren wir noch, weil ich bis jetzt nur eine Kuh habe. Aha. Da versuchen wir was zu vervielfältigen. Ist dann Gen-Manipulation oder so. So, ich hoffe, dass ich das schon da habe. Jawohl. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, Wie ihr seht, ich bin auch gerade da fleißig dabei, Mana zu produzieren. Hier und hier brauchen wir dann fürs, äh, Pixi, für das Pixi-Ding. Das ist jetzt auch eines der nächsten Sachen, was wir machen. Aber wir machen jetzt, wie gesagt, in dieser Folge erstmal das Storage-Bereich fertig. So, dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt noch weitergessen habe. Dann heißt es, du kommst hier hin, du kommst in den Mittel. Ah, brauchen Eye of Ender. Na, Gott sei Dank ist das hier billiger, wenn ich bin nur ein anderer Backstrick. Ähm, tack. Einmal Eye of Ender und ich habe ein Ender-Back. So, und der kommt jetzt in die Mitte. Dann kommen die außenrum. Ich mach gleich zwei. Dann brauche ich die zweimal Wolle und die zweimal Obsidian und ich habe jetzt eine Ender-Link-Test. Äh, so hat der jetzt beide verbraucht? Ah, ne, der hat nicht beide verbraucht, ich bin nur blind. So, die kennt man ja von früher. Das heißt, ich tue jetzt hier den Stein rein und dann nehme ich hier den Stein raus. Wunderschön. Perfekt. So, das heißt, ich kann jetzt auch über Entfernung Items weiterbringen. So, und wir bräuchten natürlich auch noch eine Ender-Link äh, weg. Das heißt, dann kann ich das nämlich auch da reinschmeißen. Braucht man natürlich nochmal eine Wolle mehr. So, dann brauche ich äh, ich brauche noch ein Eisen. Ich brauche nochmal eine Ender-Perle. Ich brauche noch mal das und ich brauche noch mal vier davon. Weil ich noch eine dritte braucht. hat man sich die Rezepte schon mal vorher angeguckt. Aber, ist egal. So. Gehen wir uns gleich hin. Was ich dann auch gleich noch zeigen kann, ist, äh, es gibt, es gibt kein, es gibt kein Buch. Also, ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden, aber, es gibt einen Befehl und da heißt, Frustrated Guides und dann kann man hier reingehen, dann hat man hier den Endertank, dann kann man hier nochmal was sehen und den Multi-Storage-Sachen kann man hier auch sehen. Aber braucht man eigentlich nicht. Ich habe schon gesagt, was noch schön gewesen wäre, wenn man erklärt hätte, wie das hier funktioniert. Da kommen wir mal gleich dazu. Weil, das hat mich nervengekostet, bis ich das rausgefunden habe. kennt man ja nicht anders. So, dann kommst du da hin, dann kommt das da hin. Ich habe Eisen gebraucht. Nein, ich brauche erst mal meine Backs. Genau, dann kommst du jetzt. Wie warst du das? Du warst mittig. Okay, also dann kommst du da hin, du da hin, du da hin und die kommen da hin und jetzt habe ich meine Enderlink. So, und jetzt müsste eigentlich das so sein, ich schmeiße dich rein und nehme dich hier raus. Perfekt. Und wir haben die nächste Quest abgeschlossen. Der ist neu. Den haben sie nicht vorgestellt. Das wird interessant, was das ist. Aber ich probiere es einfach mal. Vielleicht, vielleicht kriegen wir es raus. Beziehungsweise, Moment mal, vielleicht steht auch da was drin. Okay, also mit dem hier könnt ihr sozusagen die Kapazität eigentlich verdoppeln, weil ihr auch sozusagen aus einem normalen Storage eine dense Storage macht. So, und que, dann haben wir hier diesen kleinen Stacking Storage, den Vault Core, den Concrete und Tür. Okay, von dem Ding steht jetzt nichts drin. So, was steht denn hier? Ah, okay, der Denstor ähm, tut die Sachen raus, äh, so wie man sie reingeschmissen hat. Auch schön. Einfach mal lesen, was dort steht, dann hat man auch eine Chance. So, gehen wir auch mal gleich noch einen Redstone holen. Dass man das alles macht. So, und du warst jetzt wie? Ja, leider nicht mehr genügend, aber dann machen wir uns halt welchen. äh, das heißt, ich brauche jetzt noch mal das Glas. Und den Stein. Dann habe ich mein, nein, ich brauche kein Upgrade mehr. Ich habe noch eins. Ähm, dann war das jetzt glaube ich so. So, und, das in die Mitte. Jawohl, dann haben wir jetzt den Stone. Wie? Genau, und den dann mit dem da. Und jetzt habe ich den Dance Stone. Wie? Also wie gesagt, der müsste jetzt dann das Zeug einfach nur rausziehen. Kommt jetzt auch mal gleich in die Kiste mit rein. Okay. So, dann heißt es jetzt, jetzt haben wir ziemlich viele Sachen da. Das Schöne ist jetzt für mich, ich kann jetzt dieses Ding hier nutzen. um meine Steine, wo ich immer wieder mal brauche, einfach mal reinzuschmeißen und mir dann, äh, irgendwo wieder rauszuholen. Und muss ich die ganze Zeit hier herrennen. Das ist auf jeden Fall auch schön. So, äh, Blaze Powder, das brauche ich momentan nicht mehr, das kann ich ja aufräumen. So, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist Eisen. Äh, und davon nicht gerade wenig. Ich nehme mal einen ganzen Stack mit. Und ich hätte jetzt gesagt, äh, von Botania baue ich mir auch gleich was. Ich weiß nicht, ob ich es schon gemacht habe. Wenn schon, tut es mir leid. Wenn nicht, äh, machen wir es nochmal. So, äh, und zwar, ich brauche eine Bowl. Dafür brauche ich drei Holz. Natürlich nicht da. Da kann ich jetzt euch schon sagen, da freue ich mich schon drauf, die Bolle dass ich das, wenn ich dann ein Storage System habe. So, dann brauche ich nochmal ein Holz. Guter sieht, dass ich das jetzt hier gemacht habe. Zack, 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 und ich habe meinen Pastel & Mortar. Und den kann ich jetzt verwenden mit dem Mystical Grey. Dann habe ich es auch einstecken. Ich hoffe, dass das überhaupt funktioniert. Das habe ich gar nicht getestet. so, konkret. Ja, geht. Das müsste gehen. auch nämlich den ganzen normalen Konkret von 1. So, das war jetzt dann einfach nur Blubb, und das war Blubb, und dann kommt eigentlich Grau hin. Aber, wir haben Grey Konkret Powder. Komm, dann machen wir gleich einen ganzen Stack. So, dann kommt das jetzt nämlich dahin. Dann braucht man leere Eimer. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Ich glaube nämlich nicht. Genau. Da habe ich den Tank auch hier hingestellt. Dann kann ich es mir nämlich rausnehmen, sondern es ist nämlich Vault Concrete. Und wir füllen mal ein bisschen auf. Okay. Und jetzt machen wir natürlich noch eins. Und zwar, wir machen uns noch ein paar Iron Bars. Denn, wie gesagt, man sieht es hier leider nicht. Denn um diese Teile hier zu machen. Ich hoffe, dass es noch so, dass das so funktioniert. Aber ich glaube schon. Das ist jetzt nur die Frage, wo baue ich dich jetzt hin? Baue ich dich gleich daneben? Komm, ich baue den gleich hier hin. Dann habe ich hier gleich meine kleine Witterfalle. Weil das macht nämlich Sinn, dass wir den hier jetzt hinbauen. Ich will dich auf jeden Fall verkleiden. also machen wir dich erst mal hier hin. Die Tür ist 5. Das ist der Innenraum. Ja, das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich dich jetzt so mache. Eins, zwei, ich muss jetzt probieren, ob es so reicht. so und jetzt sind meine Ironbars weg. So und jetzt habe ich hier meinen Bucket und den schütte ich jetzt einfach über diesen, also über das Gestänge drüber, sozusagen. Ich tue gerade Betongiesen auf Eisengestänge. also keine, keine schlechte Idee. Wie gesagt, nur ein bisschen, geht es auch andersrum? Jawohl. Nur halt ein bisschen, ja, schön gewesen wäre es, wenn man es irgendwo gesehen hätte, wie es aufgebaut wird. Es gibt einen Trick und zwar unter Mod Options, sucht ihr auch Multi. So, dann geht ihr auf Config und dann habt ihr unten, soweit ich weiß, war das das Settings. War das, ich glaube, Volt, genau. Und dann habt ihr hier, bei Volt, habt ihr hier drinstehen, können das auch ändern, aber hier habt ihr drinstehen, was ihr braucht. Also ihr braucht für die Baseblöcke Iron Bars. Für die Item Caps braucht ihr Power Conduits oder Block Relay Coils. Für EU braucht der IC2 Kabel. Für Fluids braucht den Cauldron. Für Items braucht den Hopper. Für RF braucht der Buildcraft Transport Pipes oder Immersive, äh, Immersive Engineering Connector. Für Redstone braucht den Redstone Block und für Glas braucht er einen, äh, Glas Block. Genau. So. Ähm. Ja, wenn ich jetzt den natürlich nach A5 mache, dann mache ich einfach hier eine Doppelmauer hin. Kommt hier nochmal eine Mauer hin, ist es dann egal. Ja. Also ich brauche nochmal Iron Bars, weil dann kann ich nämlich den Save, äh, die Save Tee auf die Seite machen. Nee, dann, dann mache ich das andere. Dann mache ich das doch andere. Dann bleibt der doch komplett da. Kommt, wir brauchen mehr. Auch so, dass du mehr. Ah, sehr schön, es geht auch. Also, das heißt, wir machen komplett dahin. Und das noch hin. Dann musst du drei hoch werden. So, dann habe ich dasselbe auch hier. Und schon, und schon ist alles weg. Hurra. Ich bin schon mal froh, dass das Eisen ist und nicht Stahl. Dann hätte ich mal gesagt, geht es nächstes Mal. Das ist auch schön, dass das geklappt hat, dass man da drunter klicken kann. Das ist auch schön, dass ich jetzt gleich mal testen kann, ob das Tor da eventuell auch sogar schon reingeht. Oder ob die Struktur fertig sein muss. Das werden wir gleich sehen. Und zwar, für das Tor brauchen wir, wir brauchen Pistons, sechs Stück. Wir brauchen Block of Iron, zwei Stück und eine Glas-Pain. Was ist das Einfachste? So, dann kommt das Glas erst mal, nein, nicht hier rein, sondern bitteschön hier rein. Wir brauchen sechs Stück, haben wir gesagt. Dann brauche ich hier von sechs Stück. Davon zwei Stück. Habe ich hinten. Jetzt habe ich auch hinten. Dann nehme ich mir mit da ins Deck mit. Und da nehme ich das Tag auch gut mit. Dann heißt es jetzt, du kommst da hin. Dann kommst du da hin. Wir haben sechs Stück, danke. Und da hin. Dann haben wir das Glas und die zwei Iron-Blöcke. Da Kabel rein. Dann ist an die Glas-Pain. Dann liegen noch Tim. Aber Gravel und Sand kann ich auch noch mal da reinschmeißen. und jetzt habe ich diese Door. Und sagt, da geht. Door-Mars-Pi-Place in der 2x2 oder 3x3 Opening-Framed bis, also mit diesen schönen Blöcken. Okay. Das heißt, wir müssen das komplette Ding fertig bauen. Das wird jetzt viel Gäßerei. Eins, zwei, drei. So, und dann heißt es jetzt, das Holz kommt raus. Die Planks kommen raus. Die Steine kommen raus. Die Slaps kommen raus. Dann kommst du jetzt noch da rein. Jazz kommt auch noch da rein. Das heißt, ich habe ein bisschen Platz. Das klappt. Toll. Ja, aber und zu springen die dann woanders hin. Dann immer total nervig. merke jetzt gerade, jetzt wäre es super, wenn ich die Pumpe schon hätte. Dann könnt ihr die ganze Zeit das Ding hier mit Wasser füllen, aber kriegen wir auch hin. eins, zwei, drei. Es muss drei hoch sein. Das heißt also, wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal einen Rahmen. mal wegklopfen. Ja, auch nochmal einen. Ich habe gehofft, dass ich durchkomme, aber nein. hier ist raus. Ich brauche noch mal 16 Stück. Dankeschön. So, und das Glas schmeiße ich dann hier rein. So, man ist ja nämlich auch zu. Okay. Dann schnell mal mit dem Ender-Bucket. Totzellange steht dann da, wo das drin ist. Finde ich super. und ich mache jetzt was anders, was Sinn macht. und zwar du kommst hierhin. muss ich auch noch abbauen. hierhin. ich muss ja nicht jedes Mal Kilometer Geld kriegen. nur um mir ein paar Eimler zu machen. kann man auch hier machen. kann man auch hier machen. da komme ich. das war jetzt der einzigste, der mir egal war. weiter komme ich hin. So, aber ich habe gesagt, ich möchte eigentlich hier rein. Dann machen wir das auch so. da können wir jetzt gleich mal testen, ob das andere auch geht. das war jetzt dann über Tester. Wohl habe ich glas drin. Und wir gucken. Jawohl. Sehr schön. Hat auch geklappt. Ja. Jetzt die 16 Stück, die wo ich sozusagen vorhin geholt habe, nicht mehr gebraucht. Ja, das heißt, ich kann dann auch reingucken. Vor allem bei Wissern ist das nicht schlecht, wenn man reingucken kann. Ich hoffe, dass das halt wirklich noch waterproof ist. Nicht, dass ich dann eine schöne Überraschung kriege, indem man eine Pace zerlegen. Oder der dann mal eine Pace zerlegt. Da habt ihr dann euren Spaß? Ich nicht. Ja. Wir kommen. Wir kommen. langsam an Ende ist ein bisschen übertrieben. Ein bisschen brauchen wir noch. Ich bin gerade irgendwie froh, dass ich das Konkretzeug nicht komplett weggeräumt habe, weil ich glaube, dass das nicht reicht. Das nicht, das da bedanke. Ah, okay. Sogar und ah, das ist cool. Runde gelaufen. Gesehen. Ja, haben wir gesehen. Das tut es jetzt mit Wasser. Da habe ich noch Wasser drin. Nein. Also, eine Runde Wasser schöpfen. Und der Wahnsinn, was da an Wasser drauf geht. Wie gesagt, da kommt es demnächst auch noch nie mal eine Pumpe hin. dann macht es auch Sinn. Dann habe ich hier auch sozusagen unendlich Wasser überall. Dann kann ich das dann mit dem, äh, mit den Endertanks dann, äh, knüpfen. So, wieder raus. Danke. So, und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass man die da oben hinkriegt. Aber wenn die nämlich nicht klappen, habe ich ein Problem. ja, brauchen wir noch. jetzt müssen wir gleich jetzt konkret ausgehen. Das heißt, ich brauche jetzt wieder dich. Das und das. Dahin, dahin, dahin. Noch mal ein Stack. Okay. Ja. Und wir können das da wieder rein machen. Okay. Und ich glaube, ich habe, habe ich nicht irgendwo sogar grau genommen. Nicht schwarz. Da habe ich schwarz genommen. Und wenn nicht, äh, habe ich nochmal, äh, irgendwo eine schnelle Lauffläche dann. Nein, kein Eisen. Danke. So, wir haben jetzt innen drin auch alles ausgekleidet. Aber der da hinten war gar nicht, ne? So, war man unter dem Eck auch so. Ah, mach mal den. Machen wir jetzt dann auch alles oben. Ah, ist jetzt nichts runtergelaufen. Ja, vielleicht war es nur wieder so ein Blockupdatepack. Wäre aber lustig gewesen, wenn das runtergelaufen wäre. Ungefähr. Ah, ich stelle fest, da ist noch ein, äh, ein Iron Bar unten drunter, dann benutze ich erst den. Ja, aber so funktioniert der Minecraft nicht. So, wir brauchen noch drei Eimer. Dann müsste das Ding hier fertig sein. Nein, haben wir nicht. ja, ging halt noch eine Decke. Soviel zu innen ist alles fertig. Außen ist jetzt alles fertig. Das heißt, wir brauchen jetzt noch neun Eimer. Ich mache jetzt mal wirklich nur neun Eimer, beziehungsweise hier freue ich nur noch sechs. dann haben wir jetzt das alles durch. Und die letzten drei. was lange wird ist endlich gut. So, und jetzt haben wir so einen kleinen Knast. und jetzt haben wir hier die Tür und klack, jetzt haben wir auch die Tür einen Punkt. Und das Schöne ist, also die Tür geht nicht auf, sondern sozusagen man teleportiert rein und könnte jetzt hier auch noch Sachen aufwenden. Das heißt, also man könnte jetzt einen Raum sich bauen, ähm, wo halt geschützt ist, ne, also als großen Safe und, äh, ja, und dann kann man halt jetzt noch hingehen und sagen, okay, ich möchte, ich möchte jetzt hier, so, ähm, Eingänge haben, ne, dass hier zum Beispiel der Flüssigkeit reingeht ähm, und dann innen drin halt zum Beispiel Fässer aufstellen, dass die halt nicht kaputt gehen. Also dafür ist dieser, dieser, dieses, äh, dieses Storage eigentlich gedacht. So, und für mich wird es aber halt der Storage für den Uther. Genau. So, dann hätte ich gesagt, wir haben noch schnell die Back da, ne, ja, perfekt, perfekt, auch, so, so, wie, so, wo, das, . können da hinten auch glaube ich alles sein nicht ganz aber ziemlich machen wir jetzt noch das da weg dann ist es hier hinten auch nicht habe ich hier zwar keine verkleidung dran aber ist ja egal aber hinten ist es dicht wie gesagt um rein man kommt aus perfekt ja also wir haben jetzt eigentlich und bis auf diese kolonial chest da hätte ich mal gesagt holen wir uns auch jetzt die ganzen loots ab die machen wir so als als spaß hinten auf denn wir haben eigentlich diesen bereich jetzt fast fertig da hat er wird einmal nicht mitgekriegt oder doch würde zu speck schnallt so wir kriegen ein miet wieder raus wir kriegen dies raus und gandest wie wir kriegen auch ich krieg eine knarre juhu dann leute abknallen und wir kriegen punchy sticks auch nicht schlecht und tinker weiß ich finde es da drin noch mehr aufstellen so und endest wie ja die haben es ja auch drin aber die erweiterten bieten von forestry sind nicht drin sobald ich das gesehen habe eines sind nur die normalen dabei okay so dann heißt es jetzt für mich ich schmeiß mal hier das zeug rein dass das ist irgendwann ich muss dich aufräumen kiste anschließend knarre ich kann man auch noch schnell machen und zwar es nie dann einmal alle patronen einmal reinlegen so und ich habe sozusagen den bogen für reiche das kostet was kostet eigentlich so so ein teil ok mp casing dafür braucht man papier auch ein bisschen kupfer ok habe kein schießpulver pool erste patrone die ohne schießpulver funktioniert ja vor allem bei gunpowder ist ja standardmäßig drin hätte ich jetzt schon gedacht dass man da gunpowder braucht okay aber die test mails noch wir haben wir haben das so ja ich habe da ich sehe da was wo man es testen kann hallo ist einmal verschossen sehr schön oder auch nicht schön schön sehr schön aber ist gestorben durch meine hand war dadurch aus dem becken ausdrückt okay ja dann heißt es wir haben noch schnell mal jemand abgeknallt und ja dann müssten wir jetzt eigentlich den mod durch haben ich schaue ich schaue noch mal ja nicht ganz und zwar eine sache habe ich noch nicht gemacht und zwar dieses teil hier den volt core changer also man kann jetzt auch hingehen mit der picke und diesen block abschlagen dass man jetzt sagt ja ich möchte jetzt hier halten eingang haben kann man abschlagen oder sagt man aber hier mal früher nicht eine tür merkt schon werden zombie gefallen ja damit genommen glaubt ja ja genau also wir waren gerade da den baut man halt ganz normal sich gepisten jetzt dann komperator block auf allen diamond pisten furnace und allen so wie gesagt man kann ja auch hingehen und sagen okay ich schlage jetzt den block ab und machen mir einen restaurant block hin um einen redstone pass zu machen dass ich sozusagen redstone signal daran leiten kann wie gesagt sollte man nicht am rand machen sondern in der mitte waren daran am rand machen wir nicht viel oder man nimmt dieses teil in dieses teil klickt man dann hierhin steckt dann auch einen redstone block rein und lässt den arbeiten und kohle und strom sozusagen und dann wandelt er auch diesen block um einen brau im moment in den braue ich nicht weiß ich doch mal brauchen sollte nochmals noch zusammen aber das ist eigentlich was wo ich der meinung bin das ist nichts was ich gebrauchen könnte weil ich sage okay ich möchte jetzt da irgendwie was was total spannendes großartiges noch drin machen was nicht in die luft fliegen darf so was haben wir noch in der fies storage upgrade auch menschen und last but not least noch mal bis die schnellste sehr schön so kommt es auch noch da rein das wird auch noch irgendwann aufbauen wenn draußen noch mal ein paar große pisten sind oder kommt gleich ins eis ist das wird sich zeigen ja also jetzt müssten wir eigentlich wirklich alles durch haben ich habe diese ender pack funktioniert mit der ender chest wenn ich mich nicht ganz frisch also wenn er bei der vanila aber wie gesagt das bin ich hier viel cooler einigste was ich nicht weiß ob man das ding mit farbe immer noch umfärben kann das müssen wir mal irgendwann rausfinden oder wenn es jemand von euch weiß schreibt sie mal in die kommentare genau ja dann wie gesagt wir wie man jetzt in konkrete hersteller gesehen wie man sehen so und safe baut hat man gesehen das sind halt kleine kleine blöckchen die halt also zu sagen also aufs deutsch haben die wo nach vorne aufgehen ich dachte gibt es auch in camouflage ich finde den aber hier passend und dann wenn du noch fragen und anregungen habt dann schreibt es mir doch in die kommentare die ich dann natürlich auch so schnell wie möglich beantworte und sonst immer ins nächste mal bis dahin und dann ich Vielen Dank.